BuBUBBERck hier mit einem neuen Video diesmal lebloses Haus life-less-Haus kurz und knackig wie die Wiener Würstchen boah, meine Sprüche werden ja auch immer billiger so jetzt geht's hier los Ihr müsst da aufpassen, der hat Zug am Start und so sieht das ganze aus, wenn ihr einfach mal ran gezogen werdet, ihr habt überhaupt keine Chance, wenn ihr nicht schon im Vorhinein aufpasst. Das war auch, glaube ich, zwei Videos vorher der Fall, hätte der Typ mich, der Jäger bzw. der Hunter erwischt, wo ich, glaube ich, auch gestorben bin. Hier befindet sich ein Geheimnis und hier gibt es dann auch noch. Auf dem Schatz, wenn ihr den Code habt. Alles klar, das war's. Wie immer, like das Video, was euch gefallen hat. Meine Begeisterung schwindet, ich habe gerade nachgeguckt, es ist jetzt das 25. Video, 24 habe ich davor gemacht, ich habe um 16 Uhr, glaube ich, angefangen mit dem Ganzen. Also praktisch, jetzt haben wir 21.14 Uhr am Dienstag, der vierte Achte. Eine Stunde Abzug durch ein Telefonat oder eine Stunde 15. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Videos machen so anstrengend sein können. Also wenn jetzt Leute wirklich, das, was ich hier mache, sind keine wirklich hochqualitativen Videos, sondern praktisch so, ja, ungecuttet, einfach rein, ohne Intro, ungeschnitten, einfach ein Script, keine Vorarbeit geleistet, dann ist YouTuber sein echt ein krasser, bewundernswerter Job oder Lebenslifestyle, wie man es nennen möchte. Das ist schon interessant, was für Einsichten man bekommt, wenn man, ja, Let's Plays, ist es ein Let's Play? Eigentlich schon, ne? Let's Play macht. Aber genug für den Trash Talk. Äh, edit mich ingame, falls ihr Keys braucht, Hilfe oder sonstiges. Ich ziehe euch auch gerne. Und bis zum nächsten Video.